Hallo und willkommen zurück auf meinem Kanal. Es freut mich, dass Sie wieder eingeschaltet haben zum heutigen Thema Eiweiß. Wie viel Eiweiß baust du wirklich? Wie berechnest du dein Eiweiß? Und vor allen Dingen, was passiert, wenn du zu viel Eiweiß hast? Alles in dieser Folge. Und bevor wir starten, erstmal ein kleines Merkwilber von mir. Es tut mir leid, ich habe sehr viel Kritik von euch bekommen, dass ich zu speziell werde, dass ich zu viel voraussetze und dass ich zu viel mit Fachbegriffen um mich werfe, das fertig versuchen einzustellen und diese Sendung wirklich so halten. Ich hoffe, dass jeder verstehen kann, weil das ist das, worum es bei mir in dem Kanal geht. Jeder soll alles verstehen, denn nur was man versteht, kann man auch beherrschen. Wenn ihr euch eine Ernährung aufbaut, müsst ihr immer auf drei verschiedene Makronährstoffe achten. Das ist zum einen das Fett, zum anderen sind es die Kohlenhydrate und das dritte ist Eiweiß. In dieser Sendung soll es mal speziell um das Eiweiß geben, weil das etwas ist, was sehr heiß diskutiert wird. Und wann es so heiß diskutiert wird, gibt es auch sehr viele falsche Informationen und ja, dann lasst uns mal aufwarten. Also, beginnen wir ganz vorne. Wofür brauchen wir Eiweiß? Eiweiß brauchen wir im Körper für fast alles. Eiweiß ist der Baustein des Lebens. Das heißt, eure Muskulatur braucht Eiweiß. Fast alle Eingeweide von euch brauchen Eiweiß und eure Knochen brauchen Eiweiß. Also im Prinzip, grob gesagt, alles außer eurem Fettgewebe ist von Eiweiß abhängig. Das Problem bei Eiweiß ist, Eiweiß ist der einzige von diesen drei Makronährstoffen, den wir nicht speichern können. Das heißt, Fett haben wir, Kohlenhydrate kann er selber herstellen über die sogenannte Gluconeogenese. Also er kann aus verschiedenen anderen Stoffen Zucker, Kohlenhydrate herstellen. Wie das genau funktioniert, erkläre ich euch am Ende des Videos, weil das ist ganz wichtig, wenn man über Eiweiß spricht. Das Einzige, was ihr nicht selber herstellen könnt, ist eben das Eiweiß. Ihr könnt euch das so vorstellen. Im Augenblick, wenn ihr Eiweiß esst, hat euer Körper ungefähr 48 Stunden Eiweißversorgung. Danach seid ihr wieder bei Null. Darum ist es auch wichtig, darum würde ich auch jedem empfehlen, wenn er oder sie fastet, nicht wirklich groß über 48 Stunden hinaus zu gehen. Denn was passiert, wenn euer Körper kein Eiweiß mehr hat, dann braucht er irgendwo andersher Eiweiß. Und das nimmt er von dem Vorhandenen. Und wie ich eben gesagt habe, der Großteil eures Körpers besteht aus Eiweiß, vor allen Dingen eure Muskulatur. Und die zersetzt er, um dann Muskulatur herzustellen. Das heißt, ihr würdet Muskulatur verlieren. Darum ist es wichtig, ihr müsst eure Eiweißbilanz immer hochhalten. Jetzt kommt der erste kontroverse Punkt. Wie viel Eiweiß braucht ihr denn? Wie berechnet man das? Gut, wenn ihr es berechnen wollt, ihr wisst, ich bin kein Freund vom Rechnen, aber ihr möchtet gerne rechnen, also berechnen wir das. Gibt es verschiedene Ansätze. Sehr viele, oder sagen wir die meisten davon, sind falsch. Warum, erkläre ich euch jetzt. Wir gehen mal die bekanntesten durch, die ich auch immer wieder höre. Punkt Nummer 1 ist 2 Gramm Eiweiß pro Kilogramm Körpergewicht. So, was ist daran falsch? Jetzt überlegt mal, die schwerste Kundin, die ich habe oder hatte, sie wiegt nicht mehr so viel, hat knapp 300 Kilo gewogen. Ihr wollt mir wirklich sagen, dass ein 16-jähriges Mädchen, bei 1,64 Meter ist sie, glaube ich, groß, 600 Gramm Eiweiß zu sich nehmen soll. Wirklich? Und wir haben ja am Anfang gesagt, eure Klochen brauchen Eiweiß, eure Organe brauchen Eiweiß und eure Muskeln brauchen Eiweiß. Warum rechne ich das Fett mit ein? Warum rechne ich etwas, was eh kein Eiweiß braucht, mit ein? Also, wenn ihr etwas pro Kilogramm Körpergewicht rechnet, macht das Ganze überhaupt keinen Sinn. Weil wir rechnen einen Teil eures Körpers mit ein, der überhaupt kein Eiweiß braucht. Also, deswegen streicht euch das raus, also das ist weg. Das nächste, was ich ganz oft höre, sind 0,8 Gramm je Kilogramm Körpergewicht. Auch hier wieder, das ist nicht je Kilogramm Körpergewicht. Es gibt diese Rechnung mit 0,8 Gramm. Aber man rechnet immer, mit 0,8 Gramm halt nur Knochen, Muskel und Eingeweide, eure sogenannte Trockenmasse, also euer Körpergewicht minus der Fettmasse. Und da sind diese 0,8 wirklich eine Aussage, weil das ist das Minimum, was ihr braucht, innerhalb von 24 Stunden, um keine Muskulatur zu verlieren. Also, wenn ihr kein Interesse habt, Muskulatur aufzubauen, wenn ihr kein Interesse habt, extrem sport zu machen, zum Beispiel, dann reichen diese 0,8 Gramm, um plus minus 0 zu sein. Geht ihr drunter, 0,7, 0,6, könnt ihr davon ausgehen, dass ihr, das nennt sich Katamol, werdet. Das bedeutet, ihr baut Muskulatur ab. Daher kommt diese 0,8. Aber auch diese 0,8, nicht auf Kilogramm Gesamtkörpergewicht, sondern die Trockenmasse. Wie berechnet ihr diese Trockenmasse? Die Trockenmasse berechnet ihr ganz einfach. Ihr müsst das Fettgewicht abziehen. Dafür gibt es mehr oder weniger gute Tests. Was ihr nicht machen dürft, sind diese Waagen. Diese Waagen funktionieren natürlich nicht. Das Beste, was ihr machen könnt, ist tatsächlich der Navy Fett Calculator. Das könnt ihr bei Google mal eingeben. Da kommt ihr drauf. Da müsst ihr bestimmte Umfänge messen. Und das ist erschreckend. Das heißt wirklich ein sehr, sehr guter Test. Haben wir ganz oft gegengecheckt mit verschiedenen anderen Methoden. Da rechnet ihr euer Fett aus. Das rechnet ihr von eurem Körperfett ab. Das, was daraus kommt, rechnet ihr mal 0,8. Und dann habt ihr das Minimum am Eiweiß, was ihr braucht, um nicht Muskulatur zu verlieren. Von hier aus geht der ganze Wert natürlich hoch. Mittlerweile sagt eigentlich jeder Sportmediziner, jeder Trainer, jeder, der auch irgendwie nur ein bisschen Ahnung von Fitness hat, dass man 1,6 Gramm pro Kilogramm trockenen Körpergewichts an Eiweiß zu sich nehmen sollte, um weiter Muskulatur aufzubauen. Weil das ist sehr, sehr wichtig. Muskulaturaufbau ist entscheidend. Und Muskulatur braucht Eiweiß. Selbst wenn ihr sagt, ihr möchtet nicht kräftig werden, ist trotzdem die Muskulatur das, was euch am Leben hält. Man weiß, ihr könnt Muskulatur bis zu einem gewissen Alter aufbauen, dann stagniert das, dann baut ihr ab. Umso länger es braucht, um abzubauen, umso länger lebt ihr. Das heißt, das ist wirklich das Organ, was euch am längsten am Leben hält. Das heißt, egal was ihr macht, niemals Muskulatur verlieren und immer Muskulatur aufbauen. Wirklich, ihr lebt länger und vor allen Dingen, ihr lebt auf einem höheren Niveau. Bevor wir jetzt zu der Frage kommen, was passiert, wenn ihr zu viel Eiweiß zu euch nehmt, eine Kleinigkeit von mir. Nur 20% aller Menschen, die meinen Kanal gucken, abonnieren ihn. Es würde mir und meinem Kanal unheimlich weiterhelfen, wenn ihr ein Abo dalassen würdet. Und wenn euch irgendwann mal der Content gefallen hat, vielleicht auch ein Like. Das würde mir wirklich sehr helfen und auch anderen Menschen vielleicht einen Kanal zu finden. Ich danke euch für. Der nächste Punkt ist wirklich der kontroverseste Punkt. Und zwar geht es um die sogenannte Gluconeogenese. Das bedeutet, euer Körper braucht immer Glucose. Glucose ist der Baustein des Lebens. Alles, was auf der Welt lebt, braucht Glucose. Glucose brauchen auch wir. Wir nehmen aber keine Glucose zu uns. Und falls das passiert, hat der Körper die Möglichkeit, Glucose herzustellen. Durch die sogenannte Gluconeogenese. Also er stellt neue Glucose selber her. Immer wieder wurde gesagt, das passiert durch Eiweiß. Ja, er kann es aus Eiweiß herstellen. Das Problem ist, man weiß mittlerweile, er kann es aus Eiweiß herstellen, aber er kann es auch aus Fett herstellen. Und er kann es aus Laktaten herstellen. Wobei festgestellt wurde, dass Eiweiß das energieintensivste ist. Das bedeutet, er macht weniger Energie aus der Glucose, die er aus dem Eiweiß herstellt, als er bekommt. Das bedeutet im Prinzip, wenn ich dir 5 Euro gebe und du mir 10 Euro zurückgibst, das machst du wie oft? Ich hoffe, du machst das oft, aber wahrscheinlich für einmal. Genau. Und so ist es auch für den Körper. Warum sollen wir das machen? A, wir sind in der Ketose. Das heißt, er hat überhaupt kein Interesse daran. Solange wir ihm einen Energieträger geben, den er benutzt, und das ist Fett, braucht er es nicht umwandeln. Er braucht nur ein bisschen umwandeln, weil das Einzige, was im Körper wirklich komplett Glucose braucht, sind die roten Blutkörperchen. Alles andere kann auch mit Ketonen oder mit alternativen Energien betrieben werden, aber eure roten Blutkörperchen, die brauchen wirklich Glucose. Das, was er dafür braucht, das stellt er her, jeden Morgen. Das kennt ihr vielleicht, wenn ihr mal morgens Blutzucker gemessen habt oder Ketone gemessen habt, darum ist der Morgens der Wert ein bisschen anders. Das ist das sogenannte Down-Phänomen, aber ich schweife ab, Entschuldigung. Das bedeutet also, für ihn ist es sehr uninteressant, Eiweiß zu nehmen, um Glucose herzustellen. Für ihn ist es zum Beispiel deutlich einfacher, aus Fett Glucose herzustellen. Weil soweit Fett verarbeitet wird, passieren zwei Dinge. Das Fett wird aufgespaltet, einmal in die Fettsäuren, die wandern zur Leber, daraus macht der Ketonkörper, darum ketogene Ernährung. Aber was übrig bleibt, sind Glycerin-Moleküle. Und wenn ihr zwei Glycerin-Moleküle nehmt, also kleine Stücke, und die zusammenführt, ja, habt ihr Glucose. Ihr habt bestimmt schon mal gesagt bekommen, ist bloß nicht zu viel Eiweiß, sonst fliegst du aus der Ketose. Aber, wie viele Menschen haben euch bisher gesagt, wenn du deinen komischen Bulletproof-Coffee trinkst, kannst du aus der Ketose fliegen. Und die Wahrscheinlichkeit dafür ist sogar viel höher, weil es viel leichter für den Körper ist. Die dritte Möglichkeit ist das Laktat. Laktate sind Stoffe, die bei Sport entstehen. Das heißt, wenn ihr schon mal stark Muskelkater gehabt habt, euch stark verausgabt habt, das ist Laktat. Auch das ist leichter, eine Glucose umzuwandeln für euren Körper. Aber das werdet ihr auch noch nicht gehört haben. Zusammenfassend kann man sagen, die Gluconeogenese ist extrem wichtig. Und ohne die Gluconeogenese könnten wir auch gar kein Keto machen, weil das würden wir schlicht und ergreifend nicht überleben. Aber es ist eigentlich unmöglich, dass Protein alleine euch aus der Ketose kickt. Das ist nur eine Theorie. Weil, solange ihr einen Treibstoff habt, der weniger Energie kostet, nämlich Fett, wird er Fett nehmen. Die Möglichkeit, dass Fett euch aus der Ketose kickt, ist allerdings höher. Auch das wird nicht passieren, weil es einfach keinen Sinn macht. Weil euer Körper hat ja Ketone, er will ja bei den Ketonen bleiben. Das Einzige, wo ich natürlich aus der Ketose kicken würde, wäre, wenn ihr ihm einen komplett anderen Treibstoff, den er nicht mehr herstellen müsste, anbieten würde, nämlich einfach Zucker. Gut, wie ihr seht, ihr müsst keine Angst haben, durch zu viel Eiweiß aus der Ketose zu fliegen. Und ich hoffe, ich konnte diesem Video erstmal alle eure Fragen beantworten. Wenn ihr weitere Fragen habt, stellt sie gerne hier drunter. Wenn euch das Video weitergebracht hat, liked es gerne. Wenn ihr jemanden kennt, der vielleicht auch Angst vor Eiweiß hat, leitet es gerne weiter. Und ja, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Macht's gut!